in diesem video zeige ich euch wie man einen filter wechselt in dem fall haben wir zwölf monate filter einmal kompenssible und einmal den filter also sobald die filter leuchtet dann muss man schon wechseln beim blinken einmal bestellen ok die filter dauern ungefähr zwei minuten zum austauschen und ich zeige euch das die verlinke ich in meiner beschreibung jetzt sie kann man bestellen beim akku minus global.com alle filter und in meiner beschreibung steht ein rabattcode zum kaufen so ganz einfach geht es ausstecken einmal hier mit dem finger rein und schon die deckel heraus und hier haben wir zwei filter an der membrana wird jeder 24 monat ausgetauscht und der filter mit dem kleinen block filter jeder zwölfte monat und so einfach geht es einfach rausziehen und nach links abdrehen und schon ist er hier außen der zweite genauso hier muss man bloß einmal ganz leicht ziehen und ist auch hier außen so wird das neue filter eingebaut hier sieht man die zwei stufen einfach rein stecken und drehen zuerst kommt der rein dann kommt der zweite filter und er wird jeder 24 monat ausgetauscht und schon ist es passiert jetzt sitzen die zwei filter jetzt sind hier 22 nasen die machen wir hier oben rein und es schon passiert kann man umdrehen an strom anschließen jetzt leuchtet alles so jetzt ist alles angeschlossen der holt sich gerade mal wasser und den filter zu ausschalten müsste die zwei knopf drücken damit es ausgeht wenn ihr limited edition haben dann müsst ihr die hot rum und baby drücken also für 35 sekunden drauf halten bis es nicht piepst ok also bei uns funktioniert noch nicht dann muss man die drei tasten drauf halten jetzt hat es funktioniert jetzt piepst es das gerät gesperrt ist den muss man jetzt entsperren und der filter ist schon gewechselt wenn euch das video gefallen natürlich freue mich über einen daumen schreibt es was da dazu und wenn ihr filter bestellt könnt ihr gerne mein code verwenden der steht in beschreibung bei mir und in meinem titel egal ob filtersatz oder andere gerät könnt ihr gerne verwenden und natürlich freue ich mich über ein abo bis zum nächsten mal ja ja